So, herzlich willkommen auf meinem Kanal youtube.com slash störtepriest und heute gehe ich mal wieder auf dieses Sittenverderbnis ein, also so interpretiere ich das zumindest und wir können da eine Menge draus lernen. Es geht mal wieder um die nächste Schlammschlacht und wer das jetzt schon mal mitbekommen hat, erst war es ja diese Annie the Duck und jetzt geht es weiter mit diesem Simon Unge. Wenn dich das Thema nicht interessiert, kannst du hier abschalten, aber ich finde es dennoch sehr, sehr wichtig, was da jetzt in der breiten Gesellschaft passiert und das zeigt ja sehr gut, dass Menschen zu Geld kommen oder zu Fame kommen, die für mein Dafürhalten nicht viel leisten. Das ist jetzt nur meine persönliche Einschätzung oder Meinung, aber der Trend geht ja immer weiter zu diesem ganzen Onlyfans, zu so YouTube-Geschichten oder Streaming-Geschichten und wir haben da jetzt ein Problem und zwar, ich interpretiere es als leistungsloses Anspruchsdenken. Das bedeutet, manche machen da ein bisschen einen Stream oder ziehen sich auf Onlyfans aus und das stellt für mich keine große Leistung dar. Aber wenn man sich jetzt so eine Onlyfans-Creatorin rauspickt, kann die ja bis zu 20.000 Euro oder mehr im Monat verdienen. Jetzt verdient die einen Haufen Geld, bringt aber eigentlich keine Leistung und da werden dann manche sagen, ja die Leistung ist doch, dass viele Männer dann da draufstehen. Aber das ist ja nur eine Illusion, das bringt ja keinen wirklichen Wert für die Gesellschaft, so interpretiere ich das. Und dass du dann zwar Geld hast, aber moralisch oder psychisch auf bestimmte Sachen nicht klarkommst, das erschließt sich doch. Und was sich da jetzt getan hat, da gibt es ja jetzt irgendwie diese Ex-Freundin vom Unge, also wer es nicht weiß, dieser Unge, das ist ja auch so ein YouTuber, Streamer, verdient höchstwahrscheinlich auch eine Menge Geld. Und die hat sich jetzt ins Internet gestellt und sagt halt einfach, wie schlimm diese Beziehung war. Ganz genau richtig ist es aber, dass dieser Unge zuvor ein Statement rausgehauen hat. Also wir erinnern uns, der Unge, das ist dieser Bekannte, der einen Haufen Geld macht und das war im Endeffekt seine Freundin. So und im Endeffekt macht er, wie man das jetzt hier sieht, auch einen Haufen Reaction-Videos. Das ist der hier mit Brille, Bart und etwas gelockten Haaren. Also so schaut er aus, dieser Unge, das ist seine Ex-Freundin. Und jetzt haben wir folgende Problematik, was ja auch irgendwo sehr interessant ist, dass das alles so an die Öffentlichkeit kommt. Sie wollte ein Video über ihn machen, wie schlimm die Beziehung war, wie toxisch das Ganze war. Und er ist ja dann zuvor gekommen und hat dann so ein Statement rausgebracht. Jetzt hat sie da irgendwie einen Kanal gemacht oder hat den schon länger, 2240 Abonnenten und gleich 171.000 Aufrufe. So, so weit, so gut. Aber was ist denn jetzt das Problem in dieser heutigen Zeit? Ja, das Problem ist, dass heute jeder an die Öffentlichkeit gehen kann und den anderen zu Fall bringen kann, indem er dann einfach intime Sachen öffentlich macht. Und darum ist für mein Dafürhalten diese Person wieder selber schuld, meine persönliche Meinung. Und ich finde sie viel schlimmer als den Unge selbst, weil sie das öffentlich macht. Und jetzt kann man sich eine Frage stellen. Warum sucht sie sich den Unge denn aus? Und hinterher beschwert sie sich, er hätte da irgendwie mit seinem Fame, mit Geld und so weiter geflext. Aber warum nimmt sie denn nicht? Die kommt doch aus Deutschland. Einen ganz normalen Mann, der normal in die Arbeit geht. Warum muss das dann im Endeffekt wieder so ein höhergestellter sein? Und das ist das, was die meisten nicht verstehen, dass es den meisten Frauen um diese Hypergamie geht. Dass man immer einen braucht, der einen höheren Status hat. Aber es ist halt einfach schon so, dass Männer mit Status Frauen mehr imponieren. Und hinterher, wo es dann nicht mehr läuft, weil er wahrscheinlich eine andere hat, wird dann Schmutzwäsche öffentlich gewaschen. Und das zeigt für mich, dass sie einen sehr schlechten Charakter hat. Einen schlechteren Charakter wie dieser Unge selbst. Weil ja viel behauptet wird, dann werden so Screenshots, intime Screenshots eingeblendet. Und sowas gehört sich einfach nicht. Du hast immer die Möglichkeit, wenn das dann nicht mehr läuft, weil sich jemand nicht gut verhält, dass du das dann einfach beendest, dass du einfach gehst, dass du das mit der Person offline klärst. Und sobald du das jetzt online machst, springen doch jetzt von diesen 171.000 Aufrufen ein Haufen Menschen da drauf auf und diskutieren über Sachen, obwohl sie selber gar nicht dabei waren. Und auch so diverse Screenshots, die können aus dem Zusammenhang gerissen worden sein. Und wenn ihr das nicht passt, warum geht sie dann nicht einfach? Warum muss sie das öffentlich austragen? Und ihr merkt schon, dass das jetzt in der heutigen Zeit immer mehr in diese Richtung geht. Und da muss man sich ja fast schon dreimal überlegen, ob man sich überhaupt eine Freundin anlacht. Vor allem nicht, wenn man erfolgreich ist. Und das ist auf jeden Fall auch ein Dilemma. Wenn du nämlich nicht erfolgreich bist, wenn du keinen Status hast als Mann, was kriegst du denn dann auf dem Datingmarkt? Und wenn du Status hast, dann kriegst du zwar sehr viele Frauen, aber was ist, wenn du dann mit einer zusammen bist und du hast dann auf die keinen Bock mehr? Dann braucht ihr nur was in der Öffentlichkeit behaupten über dich, irgendwelche privaten Screenshots zeigen und schon stürzt sich die ganze Meute auf dich. Und ich kann dir auf jeden Fall versprechen, wenn du mal mit einer Frau vier Jahre zusammen bist oder im Endeffekt reicht auch nur ein Jahr. Da wird es immer Situationen geben, die nicht so ideal laufen, in denen man sich vielleicht mal anschreit oder mal irgendwie was macht. Und wenn das aber dokumentiert wird und festgehalten wird und dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, dann ist das ein Riesenproblem. Und dieser rote Faden, der geht halt zum Beispiel schon an beim Till Lindemann. Da hat das Ganze mal so richtig an Fahrt aufgenommen. Da behauptet dann eine Shelby Lynn irgendwas. Im Nachhinein stellt sich dann raus, das war alles gar nicht wahr, das war gelogen. Dann behauptet diese Keiler Scheiks irgendwas, bezichtigt den Lindemann aufs Übelste. Und ihr habt ja gesehen, was das für einen Shitstorm losgetreten hat, als dann auch gefordert wurde, die Rammstein-Konzerte, die müssen abgesagt werden. Die Row Zero wurde verboten und so Zeugs. Nur weil irgendwelche Leute irgendwas behaupten und heutzutage eine Stimme kriegen. Und das ist ein Riesenproblem. Wer ist sie denn zum Beispiel? Sie hat doch gar keinen Status. Sie kennt doch eigentlich fast keiner. Sie kennt man doch nur, weil sie jetzt mit einem Bekannten zusammen war. Sonst wird kein Hahn nach der krähen. Und jetzt stellt sie sich öffentlich und deckt das alles auf, was in ihrer Beziehung passiert ist. Und das geht eigentlich überhaupt nicht. Das zeugt halt für mich für einen ganz schlechten Charakter. Und sie ist anscheinend nicht in der Lage, dass sie die Verantwortung bei sich selbst sucht. Sie wollte ja so einen High-Status-Mann haben und es hat halt nicht funktioniert, weil sie es vielleicht auch nicht so gebracht hat als Frau für ihn. Und er im Endeffekt nicht so glücklich mit ihr war. Und was macht sie jetzt? Jetzt macht sie das Ganze öffentlich. Also ich finde das richtig schlimm. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle diesen Unge auch gar nicht in Schutz nehmen. Mir war der zwar irgendwo ein Begriff, aber im Endeffekt ist er auch so ein Reaction-Youtuber, macht das Gleiche wie jetzt so ein Salami oder wie so ein Alpha-Kevin. Für mich ist da kein großer Wert dahinter. Weil es wird ja im Endeffekt immer nur so eine seichte, flache Meinung über die Videos drüber gestülpt. Und im Endeffekt ist der Zuschauer maximal vielleicht unterhalten davon. Aber richtig viel anfangen damit kann er nicht. Meine Meinung da dazu. So, wir können da jetzt mal reinklicken. Also ich will die gar nicht babbeln hören. Was ja da auch wieder auffällt, sie sitzt ja jetzt auch hier wie so ein graues Mäuschen. So ungefähr, ich bin die arme Unschuldige. Und dann mit so einem Paar-Foto. Da schaut sie aber ganz anders aus. Da ist sie dann auf einmal viel mehr geschminkt und so weiter. Und bestimmt hat sie den ja nur genommen, weil er so nett ist und nicht, weil er so einen gewissen Status hat. Und da bin ich jetzt gespannt, wenn sie jetzt mit dem nicht mehr zusammen ist und hat sich jetzt wichtig gemacht im Internet, wer dann ihr neuer Freund sein wird, wer dann über die zwei dann noch großartig redet. Oder ob das dann vielleicht am liebsten wieder einer ist mit einem hohen Status. Und dann hinterher halt immer beschweren. Weil der war ja dann so toxisch und so schlimm. Naja klar, aber woher soll es der Unge denn auch lernen? Im Endeffekt verdient er höchstwahrscheinlich sehr viel Geld. Und er hat das ja so abgespeichert. Er muss ja nur seine Reaction-Videos machen. Läuft halt bei dem. Aber die Frage ist halt, ob er seine Persönlichkeit dementsprechend mitentwickelt hat. Und das ist dann eben schon ein Problem. Man merkt das ja auch bei so diversen Lottomillionären. Und ich möchte jetzt dem Unge nichts unterstellen. Aber es gab ja da mal irgendwie diese Regel von diesen ganzen Lottomillionären, dass irgendwie 95 Prozent oder sogar mehr im Endeffekt wieder arm sein werden, weil sie es halt nicht gelernt haben, wie geht man denn mit Geld um? Wie arbeitet man an seinem Charakter? Wie führt man überhaupt eine gute Beziehung? Das sind ja alles sehr wichtige Skills, für die man arbeiten muss. Wenn man aber gewohnt ist, dass einem die gebratenen Tauben einfach so in den Mund fallen, dann wird man oft träge und faul. Wie gesagt, ich möchte ihm jetzt nichts unterstellen, ich kenne ihn da zu wenig. Aber ich beobachte das bei sehr vielen Leuten, dass die träge und faul werden und die machen dann nichts mehr aus sich. Und nur weil du jetzt Geld oder Fame hast, heißt es halt noch lange nicht, dass du nicht trotzdem hart an dir arbeiten musst, vor allem auch psychologisch gesehen hart an dir arbeiten musst. Auch was es heißt, wie sucht man sich die perfekte Partnerin aus oder eine gute Partnerin aus? Wie geht man miteinander um? Was sind No-Go's, wo man sich dann im Endeffekt auch trennt? Aber man hat ja schon gar keinen Bock mehr, dass man sich irgendeine sucht, weil wenn die dann wieder öffentlich ins Internet geht, dann kriegt man den ganzen Shitstorm ab. Vor allem, wenn man irgendwie was zu melden hat oder wenn man irgendwie höher gestellt ist. Und da muss man jetzt nicht nur YouTuber oder Streamer sein. Das reicht ja schon, wenn man in einer großen Firma arbeitet und da irgendeinen Chefposten hat. Ja, und dann hat man irgendwie eine Freundin und die macht dann öffentlich, wie die Beziehung gelaufen ist. Dann fliegt man überall raus, weil du dann nicht mehr tragbar bist. Und das ist ein Riesenproblem, denn Privates sollte einfach privat bleiben. Und wenn er zum Beispiel ihre Katze anschreit und sie will das nicht, dann kann sie einfach sagen, ich gehe, wenn du das nochmal machst. Und ganz knallhart Nein sagen und das dann im Endeffekt auch durchsetzen und sich dann trennen. Aber das macht man ja unter vier Augen. Das klärt man offline und nicht im Internet mit irgendwie 171.000 Zuschauern, die sich dann auch alle einmischen und gar nicht wissen, was da wirklich alles Sache war. Hier zum Beispiel, da werden dann irgendwie so private Chats öffentlich gemacht, weil er sie angeschrien hat oder so. Ich glaube, in jeder Beziehung wird es irgendwann mal laut. Vielleicht nicht in jeder, aber es gibt ja da einfach auch emotionalere Beziehungen mit mehr Temperament. Aber das geht doch keinem von den Zuschauern etwas an. Weil da hat man einfach das Problem, für den einen Zuschauer ist es sehr schlimm, wenn er angeschrien wird und der interpretiert das in seinem Kopf oder stellt sich da ganz was anderes vor, als der andere Zuschauer, der das einfach so gewöhnt ist, der irgendwie so eine temperamentvolle Beziehung führt. Und darum finde ich diese Frau ganz, ganz furchtbar, dass sie sowas da öffentlich macht. Nur weil sie für mein Dafürhalten eher verletzt ist und sich da jetzt, das schaut so aus wie so ein Racheakt. Und dass er dem Ganzen zuvor gekommen ist, ja auch nur, weil er schon irgendwie den Braten gerochen hat, dass sie ein Video gegen ihn machen wird. Und ich glaube, hätte er dieses Statement nicht als erster rausgehauen, hätte sie das Video trotzdem gemacht. So lange Rede kurzer Sinn, dann werden da noch so Sachen eingeblendet, da mit ihrem Kater, mit dem soll er nicht gut umgegangen sein. Da soll er einen Koffer geworfen haben und was weiß ich nicht alles. Hat es jemand von euch nachgeprüft? Höchstwahrscheinlich nicht, aber die Meute wird sich auf ihn stürzen. Dann eben auch so Fotos, die das dann beweisen, dass er da irgendwelche Verstecke vom Kater zugestopft hat. Und das ist auf jeden Fall ein Riesenproblem, sowas öffentlich zu machen. Und mich würde es zum Beispiel auch interessieren, also so wie ich das mitbekommen habe, wohnen sie ja eigentlich in Deutschland. Aber mich würde interessieren, was passieren würde, wenn jetzt so ein Typ kommen würde, der so ähnlich ausschaut wie er. Und der lebt halt jetzt in Deutschland, wenn sie dann auch wieder in Deutschland ist. Und der geht ganz normal in die Arbeit, bekommt einen normalen Lohn. Ob der bei ihr dann eine Chance hätte. Oder ob dieser Status von dem Unge schon etwas ausgemacht hat, dass sie mit ihm zusammengekommen ist. Eigentlich, das ist so ähnlich auch wie die Keila Scheiks. Da war sie auch so, wo man sie da gesehen hat auf dem Rammstein-Konzert, da war sie komplett aufgebrezelt bis zum Gehtnichtmehr. Und als sie dann das Statement gemacht hat, dann auch irgendwie so ganz normal im Pulli, wie so ein graues Mäuschen. Ich bin doch das arme, kleine Unschuldslamm. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie das jetzt kopiert hat. Aber irgendwie kommt mir diese ganze Nummer bekannt vor. Jetzt nochmal, bevor es wieder heißt, ich nehme den Unge in Schutz. Nein, ich analysiere das Ganze. Aber ich finde es richtig krass, was da mittlerweile abgeht. Einerseits finde ich es krass, dass Menschen halt sehr viel Geld verdienen für Dinge, wofür sie für mein Dafürhalten keine große Leistung erbringen. Irgendwelche seichten Reactions oder Meinungen, die teilweise falsch sind, oberflächlich oder keinen Sinn ergeben. Weil es geht da um viele Themen, bei denen ich mich auch relativ gut auskenne. Und da kann man oft nur mit dem Kopf schütteln, wie man auf so bestimmte Ansichten kommt. Und man weiß, dass das in der Wirklichkeit niemals funktionieren wird. Oder es wird einiges weggelassen. Und auf der anderen Seite finde ich es halt total heftig, was auch so ein Sittenverderbnis zeigt, dass Dinge, die in einer Beziehung stattfinden oder unter Freunden oder wo auch immer, öffentlich gemacht werden. Und dass das einen sehr großen Effekt hat, weil sich dann sehr viele Menschen darauf stützen und dann auch davon reden. Ich wurde zum Beispiel angemacht, als ich da über Annie the Duck geredet habe, ich mache eine Täter-Opfer-Umkehr. Das ist aber alles Bullshit. Weil um eine Täter-Opfer-Umkehr zu machen, muss es ja erst ein Opfer und einen Täter geben. Und da steht ja immer Aussage gegen Aussage. Und hier, was ist jetzt hier Täter-Opfer? Wir wissen doch gar nicht, wie die Beziehung im Großen und Ganzen gelaufen ist, was sie alles gemacht hat, was man jetzt nicht sieht, was er falsch gemacht hat. Und trotzdem, die meisten Leute, die hauen sich dann auf irgendeine Seite und teilen dann richtig aus, weil das, was sie da sehen, das reicht ja dann alles. Da sagen die dann höchstwahrscheinlich, oh, ich glaube der alles. Die bringt das so überzeugend drüber, die würde ja nie lügen. Und selbst wenn dieser Unge ein schlechter Mensch ist, was ich ja nicht weiß, oder die Andy the Duck, das kann ja auch alles sein. Weil er halt mit sich selber irgendwelche Probleme hat oder psychisch irgendwelche Probleme hat. Oder weil man vielleicht auch ein richtiges Arschloch ist, so wie ich zum Beispiel. Ja, dann ist das halt so. Aber dann bist du ja auch selber schuld, wenn du dich mit mir einlässt und wenn du dich von mir jetzt dauernd jeden Tag runtermachen lässt. Dann kannst du doch einfach sagen, nee, das ist mir zu viel, also auf sowas habe ich keinen Bock. Und dann geht man getrennt seine Wege. Und das könnte sie doch auch machen. Sie könnte sagen, ja, keine Ahnung, das und das ist mir zu viel. Ich gehe halt einfach. Und im Endeffekt stand er ja, so wie ich das interpretiere, nicht so hundertprozentig auf sie, weil er ja mit einer anderen irgendwie anbandelt. Und ich glaube, dass ihr das halt nicht gefällt. Und dann kommt halt eben sowas, dass das dann öffentlich gemacht wird, was ich persönlich nicht in Ordnung finde. Weil du weißt ja, du lässt dich auf einen Typen ein, der einen hohen Status hat. Und dass du dann als Frau nicht unbedingt die Einzige sein wirst. Das sollte dir doch klar sein. Oder glaubst du ganz ehrlich, wenn du so erfolgreich bist, wenn du Kohle hast, wenn dich da jeder kennt, dass du dann nur eine Frau haben kannst, da kriegst du doch Zuschriften von Dutzenden Frauen. Aber warum nimmt sie dann nicht den normalen Arbeiter aus Deutschland? Der kriegt das ja nicht, weil er den Status nicht hat. Und dann hätte sie doch alles, was sie braucht. Warum muss es dann immer dieser Mann mit dem hohen Status sein und die ganzen anderen Männer sind dann für diese Frauen unsichtbar? Könnte das was mit der Hypergamie zu tun haben? Da gab es doch auch mal diese Tinder-Studien, dass die meisten Männer, die da angemeldet sind, wenn die nicht einen Haufen Geld zahlen und ultra krasse Fotos machen, die haben gar keine Chance bei den Frauen. Und dann irgendwie die Top 5% der Männer um die reißen sich dann alle. Weil die halt dann Geld, Status, Aussehen und so weiter haben. Und ganz ehrlich, wenn du jetzt so ausschaust wie dieser Unge und du hättest jetzt nicht den Status, die Kohle und das Prestige und würdest dich jetzt auf Tinder anmelden, wie viele Matches bekommst du denn dann am Tag? Seien wir doch mal ganz ehrlich. Solange Rede kürzer sind, ja auf meinem Kanal ist ja alles so ein bisschen anders, da kann man ja einiges lernen, hoffe ich zumindest. Was kannst du denn da draus jetzt lernen? Schreib es mir mal in die Kommentare. Und ich möchte einfach sagen, für mein Dafürhalten findet eine ganz krasse Sittenverderbnis statt. Das hat auch irgendwie so einen Überwachungscharakter. Also einerseits gibt es diese ganzen Emporkömmlinge, die für mein Dafürhalten mit wenig Wert oder Leistung, was sie da erbringen, sehr viel Geld verdienen. Da zähle ich auch viele Onlyfans-Charaktere dazu. Ist meine persönliche Meinung, was du davon hältst, das ist deine Sache. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass halt so ein bisschen ausziehen und dann ein paar Videos machen, so den großen Wert stiftet jetzt im Vergleich zu einer Krankenschwester, wovon es viel zu wenig gibt und die teilweise auch unterbezahlt sind. Und auf der anderen Seite hast du das Dilemma, du sollst einen gewissen Status haben als Mann, gut Geld verdienen, ein gutes Standing haben. Und dann hast du auch eine Chance bei den Frauen, die auch sogenannte Ick-Listen machen oder einfach erzählen, ein Mann, der nicht einen bestimmten Betrag verdient, der ist für sie nicht relevant. Also da geht es ja nur noch um dieses Materielle, gar nicht mehr um Liebe, sondern nur noch, wer hat welchen Status und wer kann mir was bieten. Aber wenn der Mann dann auf diese Frau keinen Bock mehr hat und nimmt sich dann eine andere, dann geht die Frau in die Öffentlichkeit und sagt, wie toxisch und krass das Ganze war und kann dem ja im Endeffekt auch ziemlich viel kaputt hauen. Also ich möchte jetzt nicht wissen, wie viele Followers der Junge jetzt durch diese Aktion jetzt verloren hat und was das ihr bringt. Also ich sehe sie jetzt nicht als die nächste große Streamerin, aber für mein Dafürhalten hat es halt so ein Geschmäckle von einem Racheakt. So und wie gesagt, angefangen hat das Ganze beim Lindemann, dann ging das jetzt weiter mit dieser Annie the Duck, da hat sich ja dann auch jeder zu Wort gemeldet, die eine hat dann so Stresspusteln bekommen und die Friseurin hat sich zu Wort gemeldet, was das für eine unmögliche Person ist und die ganze Meute, da ist mit ihrem ganzen Hass da richtig drauf aufgesprungen. Und das eigentlich bei so Sachen, die man untereinander klärt, offline klärt, die keinem was angehen. Und ich denke, da wird jetzt dann in Zukunft noch einiges nachkommen und das wird halt immer mehr zeigen, wie zerfallen diese Gesellschaft ist und warum das so toxisch ist. Ich denke, das wird dann auch im Kleinen stattfinden, dass wenn in der Firma irgendwas nicht passt oder wenn jemand mit dem anderen irgendeinen Ärger hat, dann wird es öffentlich gemacht und andere Leute werden mit eingeschaltet. und ich glaube, dass das psychologisch gesehen sehr viel Zwietracht schürt und dass viele Menschen auch psychologisch damit nicht so gut klarkommen. Du kannst das ja mal ausprobieren, zum Beispiel, wenn du eine Führungsperson bist oder sagen wir einfach mal in deiner Clique und du hast jetzt mit jemandem ein Problem. Wenn du den dann vor der Clique oder vor der versammelten Mannschaft zusammenscheißt und was anders ist das ja auch nicht. Das wären so intime Sachen, die die eigentlich untereinander besprechen sollten, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und auch so im anderen Bereich, weißt du doch, wenn da jetzt zehn Leute stehen, zehn Angestellte und du machst jetzt einen Angestellten komplett zur Sau vor den zehn Leuten, der verliert ja komplett sein Gesicht, weil die lachen dann über den und er ist dann das Gespött. Du zerstörst sein ganzes Selbstbewusstsein. Und da weiß doch auch jeder gute Chef, wenn man da ein Problem hat, dann zieht man den raus und macht ein Vier-Augen-Gespräch und erklärt es dem dann sachlich, was da nicht läuft und unter vier Augen, aber so, dass das die anderen Mitarbeiter nicht mitbekommen. Wenn du den vor der versammelten Mannschaft komplett zusammenfaltest, dann wird der keinen Bock mehr haben, für dich richtig gut zu arbeiten oder es kann sein, dass der dann auch immer krank macht oder bald kündigt, weil er ja vor den anderen auch sein komplettes Gesicht verliert. Und genau das passiert hier halt auch, weil da sind einfach Sachen drin. Das geht doch keinem was an und für das, dass sie das jetzt öffentlich macht, würde ich jetzt, wenn ich die jetzt irgendwie im engeren Kreis hätte, das wäre für mich eine totale Red Flag, da wo ich mir so eine Frau niemals anlachen würde. Weil ich genau weiß, wenn es dann bei mir mit ihr nicht mehr läuft, dann macht sie mit mir das Gleiche. Und das zeigt einfach, ob ein Mensch einen guten oder einen schlechten Charakter hat, wenn er einfach so Sachen, auch wenn man untereinander nicht mehr klarkommt, wenn man die Sachen einfach für sich behält. Wenn man damit nicht tausieren geht bei der Öffentlichkeit, das ist ein guter Charakter. Und drum finde ich persönlich, wie auch bei Annie the Duck, sie viel schlimmer wie diesen Unge, viel, viel schlimmer, weil sie das alles öffentlich macht so und machen wir uns doch nichts vor. Also ich gehe davon aus, ich kann es nicht beweisen, dass sie das Video sowieso rausgehauen hätte. Jedenfalls zeigt es jetzt diese Generation Z, die jetzt nachkommt. Also was jetzt da alles so modern und hip ist. Ich werde das ziemlich genau beobachten, wie das dann höchstwahrscheinlich in einigen Jahren ausschauen wird. Und dass man jetzt gesellschaftlich oder wirtschaftlich nicht so arg viel von Deutschland erwarten soll die nächsten Jahre. Also wenn man jetzt denkt, das wird dann wieder alles besser und wenn eine neue Regierung hinkommt. Ich glaube, das wird so gesehen jetzt erstmal nichts mehr. Und das ist jetzt ganz rational, das Ganze erklärt und analysiert und das ist ja jetzt nur die Spitze vom Eisberg. Das wird jetzt ja dann noch Fahrt aufnehmen, gehe ich mal davon aus. Und das alles spielt halt diesem ganzen Irlmaier-Szenario ziemlich in die Karten, da wo man sagen muss, ja, wir sind leider auf Kurs. Diese ganzen Geschichten, das sind für mich nur so Kontraindikatoren, die einfach leider alle in die gleiche Richtung zeigen. So, ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wieder sehen. Wenn du Bock hast, unterstütze mich, hau rein, bis dann. Schwarze Ohren sucht dich ein. Wenn der Tod sich wiegt, das Spiel beginnt, das Böse sieht. Blutige Tränen fließen, Angst durchdringt dein Herz. Spürst du den Schmerz? Spürst du dich? Spürst du betrлючst dich? Spürst du tun?